Moin, ich habe ja ein Skoda Citygo in der Werkstatt, bei dem die Fahrradtür über den Außengriff nicht mehr ordentlich aufging. Der Griff hatte Spiel, ging also nicht wieder zurück in seine Ausgangsstellung. Hat immer so ein bisschen, so zwei, drei Millimeter konnte man ihn immer hin und her wabbeln. Und anfangs war es auch so, dass die Tür von außen gar nicht mehr aufging. Ich habe jetzt mal die gesamte Schlosseinheit inklusive dem Hinterteil des Griffes ausgebaut. und folgendes festgestellt, was ich hier mal schnell zeigen möchte, was das Problem war. Der Griff, der von außen an der Tür sitzt, greift hier mit diesem Haken ein und zieht quasi an diesem Mechanismus, an dem der Zug dran sitzt, hier, der letzten Endes das Schloss öffnet. Und an diesem Zug ist hier eine Gummitülle, die etwas nach oben gebogen war. Also dieser Übergang von dem Gusshebel zum vermeintlichen Drahtseil dahinter war etwas nach außen gebogen und hat dadurch, beziehungsweise dadurch, hat die trockene Manschette den Rückweg blockiert. Und zwar in etwa an dieser Stelle. Ich habe es jetzt natürlich schon mit Silikonfett eingefettet und mit Silikonspray auch eingesprüht. Deswegen ist der Fehler jetzt aktuell nicht mehr vorhanden. Es war also im Endeffekt gar nichts kaputt. Es hat einfach nur ein bisschen flutschi gefehlt. Und jetzt funktioniert das ganze Ding wieder. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Für mehr Technik-Videos gern Daumen nach oben geben und Kanal abonnieren oder in den Kommentaren auch schreiben, was euch vielleicht interessiert. Ich habe hier eine eigene kleine Werkstatt. Ich kann das eine oder andere vielleicht darstellen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken, danke für eventuelle Abos. Viel Spaß bei der Reparatur, falls ihr das Problem habt und bis zum nächsten Mal.